Musik Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. In wenigen Augenblicken gibt es natürlich die Meldungen des Tages. Unter anderem haben wir heute auch einen Bericht und zwar zum Thema Boxen statt Gewalt in Frankfurt-Oder. Und das ist auch schon eine kleine Auftaktveranstaltung zu einem ganz besonderen Event. Da gibt es Informationen in diesem Beitrag dazu. Und dann haben wir natürlich unsere Jugendsendung heute noch im Programm. Und wir machen jetzt weiter gleich mit den Meldungen des Tages.